und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu cyberpunk ja auftrag erledigt dann machen wir weiter so mal gucken was wir denn noch haben ich weiß nicht ob wir takamura jetzt machen wollen direkt schon ich bin mir echt nicht sicher geblich zum versteck der dealer sehr niedrig machen wir das mal hier machen verbrechensmeldung ach so dass das fundbüro nur eine verbrechensmeldung oder was hoch anstufe mittel niedrig aufträge die nicht gleich in den schlagzeilen auftauchen gefallen einfache aufgaben und zufällige begegnung hoch also hoch mache ich auf jeden fall noch nicht dafür sind wir einfach nicht stark genug da kriegen wir noch die nuss und zwar so richtig auf die nuss und das möchte ich gerne wie solltest du etwas für den auftraggeber stehlen mission ist auf jeden fall mittel ja was auch da nehmen wir die an schwingen uns auf die karre und dann geht's los so ein geiles feeling mit dem ding zu fahren ist unglaublich so 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 ein bisschen golle geben hier oder auch nicht aber warum müssen das war jetzt sprung gerade geil und damit voll speed fährst da war hier rum einmal darum da sind wir glaube ich auch schon da auftrag ja ich habe keine zeit gerade ich glaube der brennt ich glaube das war doch nicht die nicht tödliche waffe ach das sind bullen ach naja traum warum ist aber ja ja in den serverraum ja bin ich doch oder nicht naja gut das sieht nicht so aus wie im zauber raum hier selber da sein ja wahrscheinlich müssen wir das alle weg sein ja oder so ich kenne aber ich brenne ja ja ich wünsche mir der volk meine idee muss unbedingt was mit meinem inventar management tun genau weg hier auch ich habe nicht mehr so viele munition und so das sagt mir immer das ding ist das serverraum aber das kann ja nicht stimmen da ist kein server das kann auch sein oben ja weiß schön ich komm wirklich in die hölle ich bin so ein killer hier das können wir auch mal alles mitnehmen hier ja ich bin mal gespannt wo wir wirklich hinlassen das ist immer noch die gleiche werbung wie immer oder was die da auch immer gucken ich keine ahnung was ist das aber wer anwendung und nebenwirkung können wir auch schon kommen wir nicht rein da gibt es jetzt aktuell so nix hinten ok ok guck mal transfer haben wir jetzt über money money bekommen wie auch was ist das denn oh neues item nachher episch okay aber hier war ja auch schon wahrheit über cyber psychose okay das können wir auch schon jetzt sagt er mir hier lang alles klar das ist dann hier dann hacken wir uns da mal rein kurz sehr schön haben wir geklaut hier noch mehr geklaut lebt ja auch noch einer oh man ja vielen dank munition brauche ich munition für meine kleine waffe hier ein kontakt bestätigt hier kommen wir was hacken hier können wir noch was mitnehmen michael in die lautlosen killer wenn wir das auch schon ob jahre michael hat man glaube ich auch ich komm dich jetzt suchen ja mach das doch mir doch egal was ist denn das dnk das soll hier sein voll in den kopf also die suchteile sind es einfach was haben wir noch dateien geplante eingriffe faser entfernen sekundären radio vozialen defekte biostimulation des skeletts gut in der entstandenen hohlräume zur vorbereitung für knochen implantate okay nachricht klinik an der fisch konservenfabrik mietvertrag donnie wollen deine maelstromer ihren mietvertrag für die klinik an der fisch konservenfabrik verlängern ich frage weil der aktuelle vertrag in einer woche ausläuft lasst uns den papierkram vermeiden und die sache schnell klären 10 prozent mehr als als letztes mal plus extras ach du heilige 10 prozent tut mir leid geil aber bei so einem angebot ist mir der papierkram lieber ja das glaube ich lass uns das schnell klären ganz schnell machen und ja 10 prozent mehr gar kein problem ich muss jetzt echt mal gleich gucken wie man das mit dem munition macht habe ich noch gar nicht gemacht oder wie wir gerade gar nicht so jetzt haben wir jetzt kommen wir nur an den mal den nehmen kommen wir runter die sieben war die 1 10 nicht mehr dann hätten wir da noch mal 1b und das war ziemlich schlecht ja das meine normal war das macht es ist auch nicht so einfach da ein klinken danke jetzt mal gucken jetzt bd das erstes installiert das zweite könnte man hier nehmen dann kommen wir aber zu keinem doch hier oben bd dann müssten war das ist egal dann immer die beiden märz ich denke das ist auch okay gut dann haben wir ab und nehmen natürlich das drückt damit dass wir dann wieder gleich direkt voll sonst ach die lasse ich einfach sogar wir werden so keiner mehr da so hier noch eine fette bude rum wo ist mein wo ist meine karre eigentlich aber die quest haben wir jetzt erledigt genau die haben wir erledigt hier mit dem verkauf und abgabe von gegenstanden waffengeschäft hier kannst du waffen und munition besorgen guck mal hier braucht dringend moni das machen wir jetzt mal eben noch in der folge wieder die bullen vorhin einfach ankamen unglaublich ich guck mich richtig ich habe echt gedacht so dass man die munition selbst herstellen kann und so das ist aber gar nicht der fall warte mal trifft geht mit dem marka rum oder ist er verkehrt da wollen wir ja nicht hin nein war ein schönes fahrzeug ab die daten danke wie auftrag erledigt ja raum ab muss ja mal hier rum kommen hier hier jetzt wieder aber irgendwo am hafen ja gut doch einfach immer bevor wir absteigen so morgen entschuldigung entschuldigung also mit dem los nicht gleich mal hier die kann man verkloppen halten bis aktuell ausgelesen ach so dann dann hier noch eine die ist ziemlich schlecht so 523 wobei so schlecht ist die gar nicht 100 noch ne ja die hat einige anpassen noch hier tatsächlich 100 noch echt schlecht die waffen ne so ich brauche war doch für munition auch waffen ich denke ich kann ja auch munition kaufen was denn das für ein kack munition gewehre holen schema ist das ne da gibt es auch ein schema dafür verkaufende menge ja das müsste ja dann die sein da hatte ich noch mehr als genügend gewehre weiß ich gerade nicht verschafft die mit munition möchte unbedingt möglich das herstellen von waffen mods habe ich die schon 2500 schaden polierer was denn schaden schaden thema unity das sind alles nicht so gut okay wie sieht es aus ich habe da jetzt 72 habe ich jetzt okay das ist nicht wirklich viel aber naja okay das war jetzt erstmal gewesen sein mit der folge vielen dank fürs zuschauen und dann gucke ich mal dass ich mir noch ein bisschen munition besorge vielleicht auch das schema zur munitionsherstellung dann kann ich mir die selber herstellen vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge dann oh wieder stehen die Bullen bis dahin tschüss 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 Vielen Dank.